Wir haben uns in der Vergangenheit schon sehr oft unterhalten, auch noch einmal über die Unterstützung, die Deutschland der Ukraine in den letzten Jahren hat zuteilwerden lassen. Ich habe das eben schon mal gesagt, über 1,2 Milliarden Euro in zivilen Projekten, wirtschaftlichen Projekten. Wir werden das auch weiter fortsetzen. Es wird im Januar eine ganze Reihe von Staatssekretären aus der deutschen Bundesregierung in die Ukraine kommen, um weitere bilaterale Projekte zu vereinbaren. Darauf kann man sich in der Ukraine verlassen und ich bin mir auch sicher, dass das innerhalb der Ukraine anerkannt wird, genauso wie unser Engagement im Normandie-Format und in den Gesprächen, die wir geführt haben, habe ich bisher keinerlei Anlass gesehen, dass es an dieser Einschätzung und an dieser Tatsache irgendeinen Zweifel gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.